herzlich willkommen zu einer neuen folge eurotrack simulator 2 heute nimmt eure tag auf wir machen dann eine weltreise part 2 part 1 und ja den motor mal ein bisschen leiser ich möchte euch mal bezeigen ist in der lamborghini wir fahren das mal hier rum da wird man so wie jetzt aber man kann ich war langsam ab 30 kommen wir fahren dann auch wahrscheinlich zurück oder wurde er hat da kommt man besser ja auch aber ich möchte klick zeigen da wird es noch schlimmer wenn man übertreiben das geben ab 30 kann man hier auf gas geben ich warte im morgen klipp fahren ja man muss immer gleich geht's hoch leute wir machen eine weltreise klein aber bevor noch mal hier vor und dann hier noch mal zurück das ist bei warte bei wien ganz hinten hier dd 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 da kann man schon durch 15 das sind 80 paraben aber muss man also 70 maximum sagen nach wien das war schon die ich mit ihr mit normal gefahren sind wir fahren jetzt so nach bootpest bootpest heißt das gefahren von diese richtung nur wie ich jetzt mache ihr merkt ja 6 16 5 10 aber umso mehr gas da wurde ich meine zeit auf drei aber hier ich war mit lenkrad bevor ich hier nicht rauskommen verschlechter mich für mich ist es hier erlaubt jeden tag oder jeden zweiten tag 14 uhr videos also morgen noch einmal dem video zwei videos auf der autobahn kann ich richtig gas gehen wie ich will leute dadurch durch geratert jetzt ja leider wir sind immer schneller der lambo schafft maximal 300 bei der kran strecke hier muss man immer auf öfters groß gehen wenn ihr leute ich wohl schon meine zeit ein 16 11 wir erwarten uns nicht die geschwindigkeit halten sonst dauert immer zu lange aber beim tunnel da blitzen wenn man abbiegen will wie ich jetzt gleich hier muss man schon vorab blicken dass die wissen aha der bewundert das wissen dass auch bremsen müssen mein ziel ist es 16 uhr anzukommen 11 stunden noch oder fünf stunden knapp was macht ihr gerade zu hause also wenn ich das noch nicht gesagt habe lasst gleich und ein auto das haut bis zum ende da seht ihr wie ich ordentlich einfache und so wenn auch wenn berg hoch geht dann kann ich schön gas geben da macht ja ich kenne den motors ich kann nicht mit dem motor sondern auch machen ab karten mal blinkern gemacht ab naja handbremse angezogen ja das nerv ins down blinkt auch man der dauer ich beschleunigt das was schafft war klar aber verrückt da weiß was ja ja ich habe genau mit der buskoma aber jetzt machen wir den lamborghini urkan urkan also wir die mod zeige ich euch wie man darauf installiert da ist dann auch mit dem mod links verlegen ach du meine das als camp nee gute idee dass wir schon die polizei getroffen haben oder gleich können wir richtig gas geben das steht zwar 90 aber egal lasst like und kommentar da und ja ihr würdet sehen wie ich das dann machen werde mit den videos ob ich mit youtube aufhörer glaubt nicht ich mache weiter bis ich 1000 abonnenten man kann jetzt immer schön gas geben leute seht ihr ja ich kipp ja schon gas der lambo hat 165 ps oder was auch immer da fahr ich lieber langsamer um die kurven dass ich nicht ungewöhn meinen video sonst darf ich eine werkstatt angucken mann ey dann mach das bevor meine nase rein der hätte auch vorher überlegen müssen ob er hier einmacht oder nicht pech gehabt hier hast du pech gehabt auto jetzt bleibt seitdem stehen der hätte sich vorher überlegen müssen ob er hier links oder rechts einmal ja ich nehme nicht 500 entscheidungen an ja endlich nach langer langer zeit kommt jetzt euro track simulator part 8 oder part 9 oder part 7 kenne ich immer meine videos aus finde ich das sind 100 einstück videos oder 130 oder so wie viel auch immer ja der eiert jetzt schon vor wahrscheinlich habt ihr es gesehen da ist er ausgerutscht weil der doch gas geben muss und reifen drehen musste jetzt ja ich kann nicht hier das egal herumstehen jetzt reicht es auf mich einfach mit rein ups der hätte schon lange rüber machen können dass alle vorbeimachen können dafür mache ich mich vorbei hier ja wenn ich ein gut bei der 200 video bei 200 kam aber bitte schreibt das denn die zahl immer unter also mit 179 ab welcher stelle zehn minuten und 40 sekunden oder so halt das war knapp jetzt richtig gummi und schlitzte radarkontrolle ok gut da muss man halt eben langsam fahren dann ist es seitdem so hallo hallo ja ich suche ein kater video alles in die beschreibung hier meine videos karte das braucht halt im discord hier muss das ausfüllen mmm während haben auch beim formularen geschickt hm 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 ich zeige euch dann wie man mod installiert das feiere ich jetzt gerade nicht so übelst ja also das stört mich wenn man das sowas macht bei autofahrt auf der autobahn so hier einfach genau leute ja bitte lasst unbedingt ein like und ein abo da schreibt mal in die kommentare wie ich das video verbessern könnte ob ich ein neuer anfang mache auf 0 bis 99,1 millionen dollar hier war ich heute noch nicht lang gefahren seht ihr ja weil hier graue streifen sind und wenn geld sind dann weiß ich aha hier die sind wir schon gefahren die befahren wir alle heute oder fast alle das video mussten morgen dann online kommen 16 14 uhr karten muss ich ja noch das dauert auch mal wieder lange karten mache ich momentan selber und bis ihr einen habt ja und dann müsst ihr mir die schreiben was ich für bezahlung machen soll also wie viel oder ob ihr es kostenlos macht das würde mich auch freuen ob ihr das kostenlos macht ja bin momental gerade leider weil ich kann noch kein geld verdienen durch youtube wenn ich verdienen würde geld dann könnte ich ja den kater beziehungsweise schneidprogrammer sage ich jetzt mal ihr geld geben aber geht noch nicht leider ja ich weiß dass es nervig über karten zu reden ich hör mal lieber auf damit zu reden sonst ist es so nervig für euch gerne leute ja los das muss runter 130 runterfahren da würde man ja ausrutschen der beschleunigt schnell auf 0 auf 100 hier wie bei zabor auch gemacht 0 auf 100 mit tesla ich tanke aber nicht im video weil man über geld redet man leiten sich nicht eigentlich habe ich eigentlich schon gesagt die summe aber ich drück grad komplett durch man ne gesetze halten wir uns nicht dran leider ich weiß bin böse der sich gerne nicht dran hält das ist für ein was für ein das wird man die chance nutzen und schnell gas geben und dann auch wieder abbremsen dann kann ich gleich sagen das war es mit diesem video mit 16 minuten das ging schnell hoffentlich hat euch das video gefallen dann kann ich gleich karten wir machen und davon wir noch eine tankstelle ein schnell grafen manager hier drei das wort teuer jetzt also ich habe es in der zeit geschafft mit 16 minuten und 5 sekunden ja dazu sage ich das war es jetzt mit diesem video tanken noch schnell und dann beende ich das video wirklich ja tanken haben wir jetzt ja oder ja ich muss nur gucken wie ich das zusammenbastel oder fädel das dauert ja auch mal kosten 19 alle vom park meiden nicht die rede aber dass sie wissen aber ich habe hier beendet passiert das video ist jetzt schluss das ist die leute das live und auch dort Vielen Dank.